Der ist weg? Der ist weg wahrscheinlich, ja. Typisches Problem, wenn ich zum Hunter werde. Jetzt hängt erstmal komplett nach. Ja, das ist der Punkt! Hey! Wieso hast du dich geändert? Vollgammlich. Das Auto könnte ich aber wegschieben. Als deine Scheiß rumge... Mäuserei nach... Keine Ahnung. Jetzt hast du ihnen auch noch verraten, dass wir Mäuse sind. Obwohl wir ja eigentlich Flaschen sind. Aber... Okay, wir suchen nach Flaschen, also die Mäuse sind. Flaschen die Mäuse sind. Das Auto können wir verschieben, ne? Mhm. Nur mal so, by the way. No draw, Leute, no draw. Knoragretz. Das wird keiner verstehen, aber die Zuschauer werden's kapieren. Knoragretz, ja. Komm, mit gemeinsamen Kräften verschieben wir's. Okay. Verdammt, ich komm hier. Ich finde sie Hammer. Ja, aber als Hunter macht die kleinen Spaß. Ganz ehrlich, wer hat sich denn da schon wieder hinter dem Container versteckt? Ich nicht. Oh, Hike! Ich denke, es ist Monkey die Raffi. Haha, was? Ganz ehrlich, hinter dem Container ist doch mal mega lame. Diese Runde werde ich ne Menge, ne Menge Zeit mit Taunten verbringen. Bin gespannt, wahrscheinlich bin ich der Letzte, der gefunden wird. Leckli. Da turnt er doch nochmal. Schon die ganze Zeit. Weeeeee, genau. Ist es der von One Piece? Weeeeee, was? Ist es der von One Piece? Ne, der ist äh, aus einer, äh, aus einer April-Scherz-Wie-Werbung. Das scheiß Auto mal verschiebt. Noooo! Ich bin leider ziemlich langen Turn bewischt, was ziemlich dumm ist. Ist irgendwo hier in der Nähe. Haha, ich will nochmal die Funken wegnehmen. Haha, niemand findet mich, weil ich da Batman bin. Nein. Haha, ist der Bärdenko oder was? Oh mein Gott. In der nächsten Runde habe ich aber auch noch was. Oh, wo bist denn du? Also ich bin nächstes Mal wieder fies. Ich bin echt die ganze Zeit am Taunten. Hahaha. Fuck, aber nein. Nein. Oh shit, der hat mich getroffen. Ach, der erste. Ich hab mir nur gedacht. Ah, eine Maus, die Blacklaser. Jo, also ich bin, äh, der letzte hier, der gefunden wird. Ich heiße Blacklaser. Ja gut, wenn man, wenn man einen entlangen Turn kriegt und dann genau in dem Moment einer in den Raum geht. Wo warst du? Ich war in dem Raum, wo wir starten. Ah, okay. Ich hab ne Vermutung, wo er ist. Irgendwo hier. Hahaha. So, dann wollen wir sehen. Ich mag nicht fanken. Dunkel, Alter. Nice. Bin zu cold. Ah. Das ist also Nils. Sehr nice. Was willst du? Das ist der andere. Ah. Nils. Nils, du musst das reißen für uns. Was? Wir haben doch nur 45 Leute. Was? Wo war er? Du darfst aber aus Fairness glaube ich. Ah, ne jetzt grad eventuell. Egal, lassen wir mal. Wo war er grad? An der Stelle werde ich nie wieder taunten. War er zu offensichtlich. Ich war extrem offensichtlich. Aber dann doch auch wieder nicht. Ja, ich hab die ganze Zeit die Taschenlampe nicht angehabt. Also somit war es total schwer für mich nicht zu sehen. Das war das Problem. Der musste die Taschenlampe machen. Ja, das ist so. Kann mir das jemand mal sagen? Da wo der Zaun ist, wo dann so ne Schranke ist. Wo man sehr schlecht drüber kommt. Ich komm nicht mehr hinter diesen Zaunsteil raus. Die Dunkelsteller an der Scheißkarte. Ja. So Nils. Jetzt musst du per Fairness halber leider wieder taunten. Ja. Ähm. Habt ihr noch Granaten? Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Danke, dass du ihm sagst. Ich bin. Ich find's unfair, wenn sie keine Granaten mehr haben. Worausgesetzt ja keine mehr. Nein, der hat sich wirklich dahinter versteckt, oder? Ich weiß die ganze Zeit woanders, aber... Also habt ihr noch Granaten oder nicht? Nee. Ich glaub nicht. Okay nee, jetzt komm du musst fliehen. Ganz ehrlich. Zack Zack. Jetzt. Jetzt. Jetzt bist du spät. Jetzt. Ich kann dir nicht weg, ich kann dir nicht weg. Ich häng fest. Lauf. 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 Awesome. Du schaffst es. Du schaffst es. Lauf Schlampe. Lauf. Yes! Gut entkommen. Okay. Fällt da am Ausgang. Einfach noch mal gerettet. Lauf! Und noch ein Taunt. Nein! 10 Sekunden, Mann. War knapp, war knapp. Knappe Scheiße, Mann. Ich hatte vorhin irgendeine Idee. Guck, ob das geht. Mein Spiel ist mal wieder ausgepackt, das übliche. Shit, Alter. Jetzt hatte ich einen Ort, jetzt habe ich ihn vergessen. Nein, ich häng fest! Gut, gut. Gut so, häng weiter fest. Ich häng nicht mehr fest. Ah, verdammt. Kann ja nicht wahr sein. Warte ich gerade, ob das funktioniert. Ihr hättet mich eh nicht gesehen. Glaubst du? Also, wenn jemand ausgepackt ist, habe ich ihn bis jetzt noch jedes Mal gefunden. Oh. Mhm. Hier zwei Dosen. Okay. Das ist doch ziemlich das schlechteste Versteck, was ich bisher hatte. Ah nein, das erste war schlimmer. Oh! Ist doch lustig. Ich hab was versucht. Und was war er? Ähm, so eine behinderte Flasche. Eine behinderte Flüte. Ich hab versucht, was sie noch geschafft haben. Aber ich hab's nicht geschafft. Interessant. Ich muss sagen, das ist nach dem ersten Runde, wo ich überfordert war, weil ich die Map noch nicht kannte, ist das hier so ziemlich das Schlimmste von allen. Ganz ehrlich. Ich glaube, es ist irgendwo in dem... Oh! Hier ist irgendwo. Essliche Scheiß. Maus! Yes! Voller Schuss. Aber es war nicht schwer, du hast ihn in die richtige Richtung getrieben. Alter, die Map bockt gar nicht, finde ich. Ohne will. Es ist relativ, wo man sich verstecken kann. Und wo man sich verstecken kann, zack, nur rum. Da! Es gibt zwei Mäuse und eine Fernbedienung. Also es ist nichts, was hier in dem Raum ist. Also nimmt jeder irgendwie Mäuse und Fernbedienung, hallo? Weil es die kleinsten Dinge sind. Fernbedienung hab ich diesmal nicht gefunden. Ja, wo ist er denn? Da ist er, da ist er. Hab ihn. Wo, was, wo? Da ist er. Ich hab halt keine Granate mehr, ne? Also, wenn ihr eine habt, dann muss sie sitzen. HIT! Ja, wenn ihr eine habt, dann muss sie sitzen. Na, was wollt ihr machen? Nope, 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 nope. Schade, der hätt noch ein bisschen länger hier bleiben müssen. No, 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 shit! Ja, man! Einer geht rein, ich pass hier auf. Ich geh rein. Ja, geht wieder raus, komm wieder raus, raus, raus. Wow, er hat mich grad ausgepackt. Was? Wie? Was? Na, das können wir noch ein bisschen länger. Muss ich schon zugeben. Das ist nice. Ey, nicht zu... Ey, 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 ey. Bleibt stehen, dann habt ihr mehr Chancen hier zu treffen. Genau, ey. Mach ganz gut. Alter. Wenn er stehen bleibt, dann haben wir mehr Chancen hier zu treffen. Natürlich. Aber... Wenn ihr stehen bleibt, habt ihr auch gute Chancen. Ey, was geht eigentlich ab? Ja, was geht eigentlich ab? Also, ich bin dafür, dass auch Matt & Pappy zum Missgeburt des Monats wird. Also, ich bin dafür, dass Matt & Pappy zum Missgeburt des Monats wird. Also, ich bin dafür, dass Matt & Pappy zum Missgeburt des Monats wird. Voll gammelig. Ich hab grad einen perfekten Schuss gelandet und der hat nicht getroffen. Also, war aber nicht perfekt. Viel kann er nicht mehr haben. Ich hab die ganze Zeit nur noch gefeuert. Äh, wie? Nein, die Waffe hat einfach nicht gefeuert. Verstehst du, was ich meine? Ach so. Ah, Mann. Das gibt es nicht. Ich sag's ja, das ist voll unfair. Das ist total rossin. Wahrscheinlich in der Erfse gleich. Deswegen ist es immer schlecht, eine Granate zu verschwenden, wenn man nicht weiß, ob da einer ist irgendwo. Er ist, glaube ich, unter dem Auto. Was ja voll cheatig ist. Ah, okay. Er ist ja so ein Auto, das macht was. Alter, wenn wir jetzt gewinnen, ja. Pappy ist einfach dann der König. Pappy ist dann die geile Ratte einfach. Ich hab noch ne Menge Munition. Pappy! Fast! Haben ihn! Yes! Haben ihn! Aber wirklich Premium, Pappy. Sauber, Nils. Du bist unser Held. Alter, das war grad in der Luft. In dem Moment hab ich geschossen. Ah, das war wieder mehr. So, bei mir wieder 30 Sekunden Wackel-Screen. So, und jetzt keine Mäuse mehr nehmen. Das läuft. Und keine Maus. Und Fernbedienung. Keine Maus. Ne, schon Fernbedienung. Beide sind nämlich vollkommen A, overpowered. B, total unfair. Und C, unfair. Stimmt gar nicht. Wir haben euch erwischt. Wer hat sein Handy der Nähe? Das ist fair. Ja. Echt? Hast du also auf ne Maus geschossen, bis sie kaputt ging? Ach ja. Aber sie ist kaputt gegangen. Wir machen es einfach so, wenn jemand ne Maus hat oder ne Fernbedienung, dann muss er halt einfach weglaufen, wenn keine Granaten mehr übrig sind. So einfach. Taunten. Ich hab grad echt... Taunten alleine reicht nicht. Ja, wenn der noch nicht gefunden wurde. Mein Herz schlägt grad, glaub ich, gefühlt doppelt so schnell, dreifach so schnell. Ja, verständlich. 182,3 Schläge die Sekunde. Ja klar. Wo würdest du deine Muni denn sonst aufbewahren? Gibt's überhaupt einen? Auf dem Typ? Was? Nein, da kommen doch die Bullen und sehen das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.